ARD Text im Auftrag von Funk Geh mal hoch Hat der da irgendwas Brauchbares runtergeschmissen? Nee, ja keine Ahnung, ich seh ja nicht was, also du hast ja anderen Looter liegen Ach egal, wir kramen aber ja Ich habe dich vermisst, Mädchen Schauen wir mal, wo es hier hingeht The Anvil Ach, ich schaue es mal hier, wenn wir jetzt verkaufen können Mit Sicherheit Willkommen zurück, Mann Männchen Ja Siehst du? Sehr gut Aha Epischer Schild, der nichts bringt Ja Markus, Munition Natürlich So Lass mal gucken Ach du Scheiße So, was haben wir denn hier alles Uiuiuiuiuiui Lass mal gucken, ob das Ist nichts dabei, was irgendwie besser wäre Da haben wir kein Das kann auch alles weg Um hier ein bisschen platz zu machen Okay, ich guck mal Ah, 158, die ist, äh, nicht besser Oh, die ist besser, aber die habe ich sowieso ausgewählt 209 Ich habe mich schon gefragt, wo ich den habe Wen denn? Ach, Munition Schlecht, schlecht Okay Dann habe ich hier die Fette Ich muss ein schneller durchgehen hier Ich habe drüber irgendwo eine gesehen Die hier, ne? Ah Kann weg Okay, Pistolen technisch Was war das mit der? 50 Hm, M24 ja, aber Hm, nein Wo ist nur da? Aber die Feuerrate, ne Okay, Pistolen technisch Alter, die ist, äh Nur sechs Schuss 123 Muss ich gleich mal vergleichen Wie sieht es denn mit der aus? Äh, Feuerraten? Nee Ei, 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 ei Ei, 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 ei Noch so eine Die geht eh kaputt Was mit der hier 84 Schuss War nicht mal so schlecht 20 auch wenn er ziehen Nein, ich behalte mal die, die ich hab Die ist schlechter Die ist schlechter Die auch Wolltest du nicht sehen? Nee, nix Ich hab da nur mal ein Tier gepfiffen So sieht so aus Ah, das sieht schon sehr viel besser aus Äpfel, epische Pistolen Ja, die gehen jetzt auch weg Die sind irgendwie Schrotte Und haben wir noch Das kennen wir schon Das geht auch weg Oh Oh, die ist eigentlich Ah, weil die hat weniger Zweimal 62, fuck Hm Aber viel mehr Feuer Äh, das ist halt so die Frage Ob sich das lohnt Ja Wenn ich die mit der Dahl vergleiche Ist die Dahl Äh, ist die Jacobs besser Scheiße Ne, die kann weg Oh Oh, was Echt so krass Okay Ja, würde ich sagen Nehmen wir den 50 113 Ach so, ein Jacobs Feuerrate Jetzt knicken Und hier Hm, nein Okay Gut Gut Ich bin durch Ich muss mal eben kurz noch zwei Krass, was ist das hier für ein Knast? Geschickt habe, antwortet immer noch nicht Da muss was passiert sein Mach das Tor auf, Kammerjäger Ach, guck mal, die Aufgabe hat er ja noch Oh Ich gucke mal Ein Skinpoint verteilen Natürlich Ich gucke jetzt mal den hier Kann man erst mal, glaube ich, lassen Ja Gar nicht So Ich gucke mal 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 Oh, no Oh, no Aber ich gucke mal Oh, das sieht so gut aus Ich gucke mal Das war's! Das war's! Gah! So war's! Cool! Können wir hier alle schon von den ganzen zwei Platten haben? Ja! 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 Sonst noch wer hier ohne Fahrschein? Was ist das denn krasses hier? Warum ist der Turm angekettet? Fliegt der weg, oder was? Ups, verdrückt. Hast du hier das Ding schon benutzt? Ja, ne? Wiederverwenden, ja. Richtig Ding. Hier ist schon gut hier, der, der... Tee, der Turm hier, der... Ja. Das Lock. Genau. Ah, da links geht's auch rein. Hier ist, äh... So, wer schießt denn da? Ja. 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 Hier geht das Tor auf. Ja. Stimmt. Oh. Was? Wer? Briggs! Ja, moin. Er wieder. Was macht er denn hier? Na klar. Hektors Klage. Ja. Aua. Was ist mir denn da? Ich hab da. Oh, wie viel Knall. Oh, wie viel Knall. So. ja ich geh mal auf die flüge hey wo sind sie denn jetzt alle weg und schauen was sie gibt Nett. Ach hier, Mann, hab ich nicht gesehen. Die ganze Zeit auf die Fallstammballer hier. Ja, hab ich auch gehabt. Gibt's nix hier irgendwie. Schade. Na gut. Hey. Strengt euch doch wenigstens an. Ach was, wieso? Scheiße, kannst du mich mal belegen? Oder wer macht das hier? Hier ist ein kleiner Bisser hinter mir. Achtung, Achtung! Kammerdiebe sind hier! Tötet sie, während ich den Maschinenmann nach dem Kammerschlüssel frage! Bleib blutrüstig! Achtung, 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 Achtung! Hallo, die Fanatiker! Achtung, 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 Achtung! Was? Wo guckt ihr denn hier? Waffe, komm mal auf. Waffe, komm mal auf, ey! Ah, es geht. Ich komme. Wirst du. Glatt. Shit, ist zu spät. Können sie ihm aber mal da helfen, ne? Ich glaube, da geht was auch drauf. Der Ding ist hier, der... Der MPC. Ja, sie kommen ja rüber rein. Keine Munition. Ach, keine Munition mehr. Scheiße. Ich hab ein Geschenk für holen. Wir haben da. Alles klar. Noch so ein Bett, das Pisser. Was ist die repetitive? Ist sie so ein Bett oder... Ja. Ich habe eine Lady. So war ich. Scheiße, bist du groß! Meine Fressel! Oh, was? Crunkhäschen? Guck guck! Was ist denn da oben? Ich guck, was es hier noch so gibt. Weißt du was? Ich weiß noch nicht. Oh, da haben wir ein bisschen was... ...ausgelassen. Ja, da hinten, da gibt's auch noch was. Da muss ich mal eben gucken hier. Oh. Oh. Aslan ist durch die Kanalisation entkommen und ich habe den Bastard fast erwischt. Dann biegt er ab in eine Sackgasse. Das Rohr mit dem großen Wasserfall. Gucken wir doch mal hier rein. Was ist denn? Weißt du was dein Problem ist? Wie Leon ruft er zurück? Du bist so nett! Danke für den Schinken! Scheiße! Was sind mir die kleinen Mistviecher? Oh, ja! 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 Ich brauche Munition für die Knaller. Oh, ja! Aslan ist durch die Kanalisation entkommen und ich habe den Bastard fast erwischt! Dann biegt er ab in eine Sackgasse! Das Rohr mit dem großen Wasserfall! Endstation Aslan, sage ich! Weißt du was dein Problem ist? Die Leon ruft er zurück. Du bist so nett! Danke für den Schinken! Dann springt er... ...in einen See voller Scheiße! Ich ließ ihn ziehen! Das Leben ist zu kurz für solchen Rollen! Okay! Oh, da ist eine Waffenkiste! Wieso kommt man da nicht da ran? Scheiße! Waffenkiste? Waffenkiste... Markiere einen Punkt! Wir gucken wie man da reinkommt. Wir müssen auf jeden Fall noch nicht hin. Hier unten geht's... Doch, da unten ist eine Waffenkiste. Oh! Eine glänzende Kiste! Oh ja! Hier sind mehr Waffenkiste! Hier unten ist auch eine! Stimmt auch ein Gegner! Ja, komm erst mal hier runter zu der Einwaffenkiste! Da ist ein Depot! Ah! Level 26! Sniper! Ja! Ah! Ah! Ist hier eine Waffenkiste? Ja! Da unten drinnen! Setze Markierung! Unter dir jetzt! Ach da! Jo! Hier! Scheint sonst niemand zu sein! Noch nicht! Später bestimmt! Aber egal! Kann man jetzt schon mal lupen! Gibt's später nochmal gut! Ah! Jetzt so viel Kram! Ja! Jetzt so viel Kram! Zu oft dich zu beschweren! Das ist alles zu wenig Kram! Ja ja! Sicher aber! Das ist immer nur zu schade die ganzen Sachen zurückzulassen! Viele Sachen! Naja! Gut das war's! Ja war ja gut! Ist doch gelohnt hier mal hin zu gucken! Das war ja ein Waffenkistchen! Ja! So! Und was war da noch? Scheiße! Da hinten haben wir was vergessen! Was ist das? Warum das denn? Ach ja! Die ganzen Waffenkisten da hinten! Oder Movisionskisten! Oder was weiß ich was das ist! Ähm! Äh! Hier unten gibt's auch noch was! Ja! 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 Du hast das schon! Ich geh nochmal... Wie viel haben wir denn? Ich geh nochmal zurück zum Verkaufsstand hier! Weil es noch nicht so weit ist! Ich bin schon wieder fast voll! Und ich wollte hier nochmal reinkommen! Ah! 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 Können wir auch noch nicht aufmachen! Okay! Oh! Ich bin in der Wäscherei! Scheinbar! Hier wollen wir nicht! Hm! Ah! So! Ja! Ich geh nochmal zum Automat hier! Vorne! Habe ich alles voll mit Munition? Das kann ja gar nicht sein! Das kann ja nicht sein! So! Schon wieder so viel Kram! Graue Waffen will ich nicht! Was? Hey! Hahaha! Ich denk so! Wer schießt denn jetzt hier? Wir bitten jetzt auch den Einglick-Einkaufern! Mach deine Waffe Klick! Ist es Zeit zum Kaufen! Okay! Da müssen wir mal gucken! Hm! Nicht so gut! Was warst noch was? 5 mal 200 irgendwas! Du hast etwas Geld! Gib doch was davon aus! Äh... 204! 81! Sonst ist es hier schlechter! 90! Sonst ist es aber auch schlechter! Die ist sowieso schlechter! ein paar Panzer... ... 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 Äh, 6x31, 12x32, er leckt mich doch am Fuß, aber nee. 5x52, das ist jetzt auch nicht so. Ist jetzt auch nicht so meins, was haben wir sonst noch hier? Der ist ja schon schlechter als das Teil, was ich jetzt in der Hand habe. Von daher kann das weg. Hm, 48x43, auch nicht so. Auch nicht so. Auch nicht so. Was habe ich denn? Dies gegen dies. Uh, 18x24, nee, tut mir leid. Äh, leider nicht. Ich bin so weit aus, wie er aus ist. Was haben wir mit dem hier? Das und das. Gegen das. 204, 266. Finde ich nicht so gut. Finde ich meins besser. Geh mir noch ein 29er. Ja dann, kann das ja alles weg. Okay, ich bin durch. Ja, ich muss mal einfach nur ein Weihgai. Gut. Wo muss man jetzt hin? Äh. Was sagt eigentlich die Uhr? Dreieinhalb Stunden nehmen wir auf. Weiter? Oder? Gute Frage. Also, ich meine, weiter aufnehmen, oder? Wie spüren wir es eigentlich? Ähm, 10. 10. Können wir mal kurz hineinlegen, oder so. Das können wir auch machen. Okay. Dann, lasse ich mich mal eben hier totgehen und... Ach so, da sind schon wieder Gegner. Ja, ich... Sind Gegner, aber ich bin jetzt eh tot. Ich bin wieder am Start. Wie auch immer. Ich jetzt lande. Siehst du? Das war gar nicht so schlecht. So sehe ich, denke ich, aus. Wollte ich mir mal gezeigt haben. Okay, dann machen wir mal kurz einen Cut. Geht gleich weiter.